Gerade eben gesagt, hä? Aber ich, äh, sie... So, Minion, du bist gefeuert! Hä? Gefeuert? Hä? Bunchbob? Moment, Mr. Krabs, es ist nicht seine Schuld, sondern meine. Er wollte es mir erklären, aber ich habe nicht zugehört. Ein paar Sekunden später. Hallo, Mr. Krabs! Heute machen wir Party! Ich mach heute Party! Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Spongebob? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs! Ich mach heute Party! Machst du heute Party, Spongebob? Ich mach heute Party! Machst du heute Party? Ich mach heute Party! Machen Sie heute Party, Mr. Krabs! Ich mach heute Party! Machst du heute Party! Hör auf! Du bist wirklich sowas von peinlich!